Dann auch willkommen zurück an die YouTube-Leute bei Let's Play der Herr der Ringe. Ähm, ja, genau. Wo haben wir aufgehört? Wir haben... Äh... Nein. Nein. Ähm, nein. Minen Morias. Minen, die Minen, die Minen, die Minen, die Minen. Und zwar das Level müssen wir machen. Die Minen von Moria im freien Spiel. Ja, ihr seht alles, ne? Ja, ihr müsstet eigentlich alles sehen. Ihr müsstet auch alles hören. Eventuell ist der Sound mittlerweile lauter. Das hier ist ein kleiner Test sozusagen, ob das jetzt auch lauter ist. Bei, also, die Aufnahmen lauter als bis jetzt. So, wir haben... Viel zu tun. Ähm, erstens, wir brauchen wahre Abenteurer. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob wir die haben oder nicht. Du bist lauter, die Sprache ist ja da sehr. Die Sprache kann ich ja generell nicht... Wie ist der Spielsound an sich? Soll ich den lieber auf 5 stellen oder soll er hier auf 4 bleiben? Weil an sich ist die Sprache in diesem Spiel allgemein extrem leise. Das Problem ist, dass es ein Universal... Eine Universal-Lautstärke hat und keinen... Ähm... Keinen, ähm... Einfach, also, von wegen Lautstärke, SFX-Lautstärke... Dingens-Lautstärke und anderes-Lautstärke. You know what I mean? Perhaps. Oh, direkt ein Minikit gefunden. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Was machen wir mit dem Schlüssel? Also ist der Spielsound an sich... zu leise oder waren es nur die Stimmen? Moment, hier ist was Silbernes. 5 war besser. Okay, machen wir es auf 5. Äh, was ist das? Äh, das ist doch weiß. Okay. Keine Ahnung. Okay, kurbeln wir. Und starten. Starker Axe, wir können orange-framende Dinger tragen. Ja, das ist mir bewusst. Dankeschön für diese Tonne. Lass mich raten, hier komme ich doch bestimmt mit Legolas hoch, oder? Oder mit irgendeinem Elb. Welcher ist auch egal. Zwei von. Wunderbar. Sehr schön. Ah, hier ist überall Skeletchen. Ich weiß nicht, ob irgendeines von denen etwas beherbergt. Deswegen werden wir einfach alle ausprobieren. Okay. 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 Aber wir sind schon jetzt nah am Abenteurer dran. Das irritiert mich ja wenig. Hier komme ich aber bestimmt wieder mit ihm hier hoch. Hopp. Um jetzt wieder zu switchen. Und schauen, was wir hier drin haben. Wahrscheinlich Start-Hooterei. Und damit kriegen wir wahrscheinlich direkt das nächste Minikin. Hallo? Und da hatte ich sogar mal recht. Wer hätte das für möglich gehalten, dass ich mal recht habe? Okay. Ja. Ziel auf das Skelett. Danke. Ziel auf das Skelett. Ich höre mal noch. Ich will, dass alle Skelett kaputt sind. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich hier die ganzen Minikits herbekomme. Deswegen, vielleicht gibt es eins dafür, dass alle Skelette weg sind. Hallo? Und nochmal. Noch sind nicht alle Skelette weg. Ich will... Oh shit, das war nicht mein Absicht. Oh, ich dachte jetzt schon in mein Spiel stürzt ab. Wir können hier irgendwas davor bauen. Und hier davor bauen. Hier kann ich anscheinend nicht mehr. Okay. Guten Morgen, 3G... R... 3G. Ne, TN. The Greg. Nennen wir es doch einfach The Greg. Sorry. Und ich verrecke gerade. Könntest du aufhören, mich... ...hör zu wollen? Gib mir die. Danke. Ich frage mich, wo ich jetzt alle Minikits herbekomme. Oh. Ja, wie lang soll das jetzt hin? Muss ich irgendwas Bestimmtes tun? Ah. Dankeschön. Da ist mein Trolley. Okay, wie war das noch gleich? Oh. Hier bin ich. Hau drauf. Sehr schön. Das war nicht fair. Wie ich schon sagte, ich sagte was von Fernes. Interessiert du dich jetzt nicht wirklich, oder? So, was soll ich jetzt hier oben? Ah, ich habe noch mehr. Hau. Wie, wie war das denn nochmal? Ich hab das schon wieder vergessen. So anscheinend nicht. Probieren wir mal. Ach ja. Oh, danke. Wir probieren das nochmal. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Dankeschön. Auch ganz doll lieb. Ja, was soll das denn? Ist das geplant? Das ist doch beschissen. Das ist doch einster Beschiss hier. Moment mal. Ich verstehe nicht. Wo ist Legolas? Ja, ja. Nerf mich nicht. Ich muss mich nicht nerven. Oh Gott, nochmal. So. Kann das nur Legolas oder was? Ja, ich stehe hier. Ich weiß nicht. Ich weiß. aber es ist ja ich mag also das level die moment ist echt ein wenig anstrengend ist eine falsche bohr Dankeschön, gerade hat euch durchgekommen. So, das war... Ah, hier war extrem viel zu holen. Okay, das ist... Ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Minikids? Wo ist mein ganzes Zeug? Nein, los, Argon. Äh, der Gander. Ich glaube, da kommt noch mehr, oder? Jetzt ist es gleich auf Time. Ein Ja, habe ich eventuell ein Problem. Ah, so. So, jetzt ist meine Frage, ist das auf Zeit oder nicht? Eins von dreien. Ich hoffe mal, dass es nicht auf Zeit war, dann habe ich echt kein Problem. Da war irgendwas. Ah, hier kann Gollum hoch. Da oben ist nämlich auch noch ein Minikid. Und hier kann Sam was machen. Also hier ist es noch viel zu... Fuck you. Yo. Da hat sich gerade mein Spiel minimiert. Because it can. Wo kann ich dich ausfüllen? Hallo? Jetzt bin ich verwirrt. Argon. Willst du mir jetzt erzählen, das sind noch nicht genug Teile? Ich verstehe es nicht. Gollum ist total unpräzise. Ja, Gollum ist extrem unpräzise. Ähm. Jetzt aber, Moment mal. Ich muss doch mit Sam... Starke, Orangefaden und Lego-Griff. Was für ein Orangefaden und Lego-Griff? Das hier... Soll das hier ein Orangefaden nach Lego-Griff sein, oder was? Nein, das ist das zum Seilen. Sam, bist du... Du hast noch kein Seil, oder was? Hä? Sam. Er hat noch kein Seil. Natürlich. Sollte er auch haben. So, was haben wir hier? Gib mir mal den hier. Einen Hauss... Moment, die Quest haben wir schon. Die Hausschlüssel-Quest haben wir bereits. Da bin ich mir extrem sicher. Ähm, Argon. Das müsste 3 von 3 sein. Wunderbar. Das ist aber erst Minikit Nummer... 5. Das ist ja... Grauensam... Grauensamen. Das ist ja grauensam. Und wahre Abenteuer habe ich auch noch nicht. Das kommt noch... Ja, okay. Hier kommt noch was. Okay. Geh mir nie. Ist nicht hier. Jetzt hier kann ich auch noch irgendwas bekommen. Gimeli. Okay. Hallo, Dr. Genius. Wo ist Pipin? Pipin. Du müsstest in einmal Wasser haben, oder? Hast du. Schön. So, jetzt kann Gandalf was machen. Dazu kommen wir gleich. Kann mal Dr. Genius jemand verraten, dass der Stream läuft? Ich befürchte, dass... War er das, der das letztens nicht gemerkt hatte? Oder wer war es? Achso. Erst Gandalf. Äh, gib mir Gandalf. Gandalf. Ich gucke ihn gerade. Okay. Ähm. Ich hätte gerne deinen Zauberstab, Gandalf. Zauberstab. Dankeschön. Jetzt da hin mit dem Zahn. Da. Wunderschön. Dankeschön. Ich nehme an, wir können jetzt das... Nein, können wir nicht. Wir fehlen ganz viel über die Kürze. Mir fehlt noch ganz viel. Kommt hier nach noch was? Kommt es oder kommt es nicht? Ja. Kommt es. Und zwar gar nicht mal so unwesentlich. Äh, Elb aus... Dem ist da eh. Hopp. Ja, jetzt habe ich die wahren Abenteuer. Das ist genau das, was ich haben wollte. Naja. Das ist nicht ganz verkehrt. Es ist eins von den Sachen, die ich haben wollte. Okay. Wir können speichern. Das ist an sich nicht alles, was ich haben wollte. Oh, schön. Dich brauche ich mal eben. Ich kann mich raten, das ist eine schwarze Höhle nur für Frodo. Den ich gerade nicht dabei habe. Frodo-Org verkleidet. Okay. Was habe ich denn jetzt verpasst? Wo, 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 wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Eine Ampel. Naja. Fast eine Ampel. Okay. Danke dafür. Okay. Ich brauche also Rot. Hä? Moment, 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 Moment. Jetzt bin ich, jetzt bin ich überfordert. Moment. Jetzt bin ich überfordert. Moment, wer kann am höchsten, hier die Elben, die können wir am höchsten sprechen. Kann ich, klar? Komm da nicht dran. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ja. Oh mein Gott Oh mein Gott That's such a troll game, come on Ach, jetzt nochmal Immerhin weiß ich jetzt wie's geht Oh, es war knapp Das reicht hier immer noch nicht Grün, grün Ja, klar, wie schnell Willst du mich ver... Hallo, was war das denn jetzt gerade für eine Breakdance-Einlage Willst du mich verarschen? Jetzt doch ein Schaden Warner Brothers, what the fuck Okay Wir haben dieses kleine Minispiel gelöst Und dafür ein einziger... Ne, zwei Minikits gehalten So, soviel dazu Ach, es geht natürlich immer noch weiter Das hatte ich schon vergessen Ähm... Game Lee Wirf ihn Dort hinüber Okay, das tötet mich Alles gut Da... Okay Zusammen Könntest du wieder ein Feuer legen? Okay Teilchen Teilchen Äh, wo ist mein Legolas? Oder halt mein, mein, mein Elb Dankeschön Ja, kannst du überspringen Ähm, ja Dich habe ich vergessen Wie oft musste ich das machen? Drei Mal, vier Mal Ich fühl mich so ein bisschen wie Superman Ach ja auch Muss ich auch noch ausweiten Ich habe noch nie irgendeinen Comic oder irgendeinen Film über Superman gesehen An sich weiß ich gar nichts über den Deswegen kann ich gerade auch schlecht Irgendwas Tolles über Superman sagen Weil ich nichts über Superman weiß Gar nichts, nein Ich habe weder ein Comic noch ein Film noch irgendwas Ich habe weder Serie noch Filme noch Okay Äh, wo ist Gimli? Oder Aragorn Ich bin mir gar nicht So, müssen wir uns zerstören Sehr schön Kann Frodo hier rein? Okay, Frodo kann hier rein Frodo Nummer 8 Was mache ich hier? Ich tof mich? Ich lebe mich mit I'm so stupid So damn stupid Well Keine weiteren Kommentare dazu Warum ist Skandalf hinter mir? Ist nicht gerade gestorben Beziehungsweise Nicht gestorben Sondern In die Schlucht gefallen War da nicht irgendwas? WB-Gandalf Achso Yay So Ich habe hier noch ein paar Sachen Okay Warum habe ich das Minikit noch nicht zusammengebaut gehabt? Neun Achso Okay Gut Das war es dann jetzt gleich Ich muss nur noch eben kurz mit Gimli einmal draufhauen Und ich habe ein Ding auf jeden Fall übersehen Ja Ja Lass mich raten, das wird nicht Boah, doch Was zum Geier wird das? Das ist noch nicht fertig Aber was zum Geier ist das? Zurück nach Mittelerde Ja Ja Wir werden im Part jetzt gleich aufhören Allerdings möchte ich kurz vor Eine Sache noch machen Bevor ich das nämlich vergesse Das werde ich nämlich vergessen Und deswegen werde ich das jetzt noch kurz machen Nämlich Den Schlüssel abgeben Ich nehme an Der ist sogar tatsächlich hier oben Abzugeben Nein, der ist nicht hier Doch da Ah, diese Musik Da gehen schon Sachen kaputt Obwohl ich noch im Nase screen bin Was ist das denn? Hallo Mace Ähm, kurz einmal gucken Ich möchte den Dart Okay, das ist direkt hier vorne Ich habe etwas Hat was für dich Oh, vielen, vielen Dank Da kriege ich nur einen weißen Schein Hm Oh, na gut Sei es drum Gespeichert ist Ich muss das jetzt Und außerdem fermentation Bäum 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 Vielen Dank.